Ich schlag dich gleich. Ich hab Seetang. Wie macht man aus Seetang dann Essen? Ich glaube, man kann's essen. Achso, an sich? Nein, du kannst, wenn du das brätst oder so, müssen wir gleich ausprobieren. Ja, in Asien essen die das, ja. Oh! Getrocknet. Alter, das ist ja das Gegenteil von Flachland hier. Aber das ist schön. Ja, aber bist du hier was bauen kannst, irgendwo? Ich will hier was bauen. Oh, es regnet! Oh, sieht das aus. Ui, ui, ui. Guck mal die Bucht hier an. Oh mein Gott, auch die Tropfen auf dem Bildschirm. Die Bucht? Ich seh fast nichts, weil es so düster ist. Die Bucht hier ist wunderschön. Ich will hier bauen. Alter, sieht das krass aus. Äh... Ich seh nix. Ah, jetzt spiegelt sich auch so die Feuchtigkeit am Boden. Das ist so geil. Der Shader ist wirklich krass. Ich weiß nicht, wo du hier Platz siehst zum Bauen, ehrlich gesagt. Auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Hier, guck doch. Hier ist überall das nur ein Ding hoch. Ich will hier bauen. Okay. Oder wir fahren halt einfach zu einer grünen Fläche. Es ist total unbefrieden, der Ort. Ja, findest du. Willst du weiterfahren? Natürlich. Dann fahr diesmal bitte geradeaus. Mit WASD steuerst du. Ja, ich drück W, Bro. So, jetzt geht's einfach hier ins Nichts. Boah. Digga, der Regen. Wenn du Schiffwrack siehst oder so, dann... Wenn ich was? Schiffwrack. Ein Wrack. Ein Schiff... Okay. Wieso lenkst du in die andere Richtung? Weil ich nicht gegen die Blöcke fahren will! Ja, vielleicht drüber laufen, um zu sehen, wie groß es ist. Kara, wir müssen erstmal ein Stückchen fahren. Früher ist man da dann eine halbe Stunde lang einfach nur gefahren. Ja, früher. Du bist nicht mehr früher. Ja, aber ich möchte eine schöne Fläche zum Bauen. Das meine ich ja. Ja. Da ist ein Dschungel. Warte. Uh, Dschungel. Oder? Ja. Ich bin rausgestiegen übrigens. Hier ist ein Dschungel. Wow. Oh. Oh, da ist Cetan. Schatz. Was? Er hört mir nicht zu. Du bist raus, schon mal hab ich gehört! Warum auch immer du das machst! Weil ich dir was zeigen will. Guck mal, wie schnell ich mit deinem Delfin bin. Ich hab keine Ahnung, wo du bist, Bro. Und was für... Was für mit deinem Delfin? Was laberst du? Was machst du da? Du kannst... Mit einem Delfin kannst du einen Effekt bekommen, mit dem du schneller schwimmen kannst. Was laberst du mich voll, Alter? Dann nicht! Dann schwimmen wir nicht zusammen. Geh weg! Nee, du willst ja nicht! Boah, ich hab dir doch... Ich wollte dir doch nur was zeigen. Eine neue Sache, die du nicht kennst. Aber du hörst mir nicht zu. Du willst das entdecken, dann... Cara, das sind irgendwelche Unterwasser-Zombies. Ich hab keine Zeit jetzt für deinen Quatsch. Es sieht einfach aus wie schwarz-weiß die Welt jetzt, Alter. Gibt's hier irgendwas zu essen, außer die Kakaobohnen? Ja, Melonen. Aber... Ja, gut, stimmt. Aber Kakaobohnen, wie macht man daraus? Kekse nochmal? Oder was macht man daraus? Da brauchst du noch, äh... Mehl. Mehl für... Nee, nicht Mehl. Ähm... Weizen. Gib mir mein Holz wieder. Weizen, oder? Ja. Okay. Schwarze Wolle. Was ist denn das jetzt? Was ist denn jetzt hier? Boah, ich überlege wirklich den Shader auszuwachen, weil das ist wirklich, äh... brutal. So. Jetzt hab ich die Aufnahme doch nicht gesaved, aber das wird schon so klar gehen. Wir spielen übrigens auf einem Aterno-Server. Digga, ich komm gar nicht zum... Überhaupt zum Anhalten, zum Reden, worum's geht und bla bla bla, so. Ja. Es ist einfach direkt schon... Es ist so befordernd, so geil. So geil überfordernd. Ich fühl mich wie neu geboren, ehrlich gesagt. Ich mach mir grad nur ne neue Axt. Aber das mit dem Rendern, da muss ich nochmal in die Einstellung gucken. Mhm. Ich hab hier richtig... Boah, dauerhaft 60 FPS. Traum-Drops. Ja, okay, jetzt droppt's ein bisschen. Also, es kann schon sein, ein bisschen unter 60 Mal jetzt hier mit dem Regen, aber... Vom Spielgefühl, vom Erlebnis, kein... merke ich das nicht. Also, das ist... Ich will ein Setzling, hallo. Ja. Okay. Brauchst du was zu essen? Ähm... Ja. Ein Setzling, aber... Aber... Bitteschön. Ist das jetzt Akazien? Nee, das ist nicht Akazienholz. Nein, das ist Dschungelholz. Dschungelholz? Dschungelholz? Einen eigenen Holzding? Ja. Okay. Warte, ich will dir was zeigen. Und die kannst du dann auch außerhalb vom Dschungelbiom anpflanzen? Ja. Kannst du kurz ein bisschen Seed sammeln? Ja. Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Sammel bitte Seed sammeln! Nein, stopp mal! Da ist ein Vogel! What?! Verdammt. Kara! Da ist ein Vogel! Was ist das denn?! Das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Lieb mich! Lieb mich! Ein Vogel? Ein Tropenvogel in Minecraft? Seit wann? Das ist ein Papagei. Schon länger. Seit wann? Gib mir mal den Seed, bitte. Nein, ich bin gerade in Schockstarre. Ein Vogel. Ein... Vogel. Junge, lieb mich doch jetzt. Hier sind zwei Seeds. Alter, ist das schön. Ihr schaut mich an die ganze Zeit. Allerbeste Freunde. Und jetzt, was kannst du mit dem machen? Kannst du mit dem Fliegen? Oh mein... Nein. Nein. War es das? Hattest du den gerade auf der Schulter? Ja. Hi. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich bin so sprachlos gerade. Oh, jetzt hört hier der Regen auf. Ne, doch nicht. Aber es ist hier so diesig, Alter. Ah, da kommt die Sonne leicht durch. Schau mal. Was ist denn das? Kann ich den wegschlagen von der Schulter? Nein, kannst du nicht. Okay. Ja. Schön. Wir gehen jetzt. Ich hab einen Apfel. Warte mal. Ja, den hab ich dir zum Essen gegeben. Ich hab acht rohes Fleisch. Ja, aber den... Den brauchen wir doch für Geppel. Nein. Für was? Nee, Goldapfel. Ja, das... Geh doch später. Ja. Äh, ich hab... Hast du Kohle noch? Ja. Ja, dann ich hab hier acht rohes Fleisch, ne? Ja, ich hab auch welche. Ja, dann... Brat mal. Äh, wo ist denn der Ofen? Es ist jetzt vermutlich schon die zweite Folge gerade, deswegen... Hallo. Hast du den Ofen? Ich hab den Ofen, ja. Stell dir mal hin. Ja, ja. Das musst du mir nicht sagen. Okay, ich tu das rohes Fleisch rein. Eieiei, krass. Ich möchte dann auch was haben, weil ich hab noch drei Hungerkeulen. Hm. Oh, boah, das Licht vom Ofen. Wir machen so, ich nehm fünf und du sechs. Mhm. Okay. Ja. Wir warten einfach, bis das Komet durchgebraten ist und dann nimmt jeder seinen Anteil, ja? Seinen Hack. Boah, wie geil! Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall Leute, wir werden das... Warte mal, jetzt ist es dunkel, ne? Ja. Kommen hier auch Mops im Dschungel? Ja. Aber nicht so oft, ne? Weil hier gibt's ja kaum so Flächen. Ah ja, genau. Warte. Ich komm dazu. Deine Füße brennen gleich. Mein Kumpel sitzt da. Mein Kumpel sitzt da. Hallo! Oh, ist das schön. Wo ist mein Kumpel hin? Tod. Komm her, Baby. Ich würd den so gern töten jetzt, ne? Also, das wär schon... Oh, es kribbelt der in den Fingern. Oh, wie jetzt hier die Flächen so... Ich nehm meine sechs raus. Hier. Oh. Oh. Okay. Boah. Schön. Kann man... Hier kann man so hoch, ne? Auf den... Ja. Es ist Wahnsinn. Ich werd das Projekt, ähm... Nimm dir, wenn du's fertig bist, raus. Bitte, danke. Ich werd das Projekt, ähm... Je nachdem, wie viel produzieren. Wir werden erstmal natürlich ein bisschen vorproduzieren. Aber wahrscheinlich wird das dann... Was?! Ob du ihn tötest, bitte. Wen? Warte. Mein Vater war geil. Warum soll ich ihn töten? Wie soll ich ihn denn mitnehmen? Ja, du musst ihn doch deswegen nicht töten. Lass ihn doch einfach hier. Na gut. Oder gibt er Fleisch? Ne. Ja, dann will ich... Ich will ihn doch töten. Nein, nein, nein. Federn! Richtig. Aus Federn kann man lecker Essen machen. Papa geil würde für Miko dunkel erschlagen. Ja. Oh, Melonen! Ups. Nein, echt! Oh, ich weiß noch, früher waren Melonen so selten... Seltener als... Äh, Bananen wollte ich grad sagen. Seltener als, äh... Gibt's Bananen? Ne, oder? Und hier sind zwei. Gibt's Bananen? Ne. Alter, der ist voll schön. Alter, der ist voll schön. Die sind blauer und ein grüner. Ich seh's. Achso, du stehst neben mir. Guck mal, Kara. Hast du den Ofen jetzt abgebaut? Ja. Okay. Okay. Boah, das sieht schön aus. Oh, Bambus? Nein. Was ist das hier? Bambus? Kenn ich nicht. Es gibt Bambus. Es gibt Bambus? Du sollst nicht spoilern, Kara. Es gibt Bambus? Melone! Mit einer Axt machen wir die schneller, ne? Ja. Boah, wir werden so schön Melonen anbauen. Früher musste man dann immer in die Minenschächte und brauchte die Samen. Und jetzt kann man die einfach hier finden. Wie geil. Kommst du? Wobei, ich glaub, früher ging das auch. Aber die waren sehr selten. Generell Dschungel waren auch. Sind ja auch. Oder waren sehr selten. Kommst du? Ich bin hinter dir, Kara. Ich seh dich nicht. Entschuldigung. Ja. Bro, wenn du von mir wegrennst. Uah. Bremse. Bremse? Wo ist ne Bremse? Ich hab gebremst. Ah! Mich sticht ne Bremse. Hallo! Wo bist du? Warte kurz. Ich komm gleich. Warte. Achtung. Hu! Da ist mein Kumpel. Du hast kein Kumpel. Ich bin dein Kumpel. Nee, der Papagei war mein Kumpel. Also, äh, was ich sagen wollte. Wir werden erst vorproduzieren. Sehr, sehr viel. Äh, aber dann wird das wahrscheinlich Daily kommen oder so. Weil wir werden... Ich will das so suchten mit dir. Also... Ich kann sie versprechen, aber ich denke mindestens jeden zweiten Tag, ähm... Ja. Wir werden vermutlich jeden Tag zum... Oh, ich hab schon Lust. Wir werden natürlich jeden Tag zum, klar. Scheiße, Fallgeist. Was ist Fallgeist? Na, Fallgeist ist voll langweilig im Moment. Das ist total kacke, Alter. Ja. Ich hör, ich lösche meinen Account. Ah,... Komm rein zu raschreiten. Oh, ne Kuh. Hallo. Meu. Mstein! Kannst übrigens wenn du, ähm... wenn du Abbaulähmung hast, kannst du Milch trinken. Wenn ich was hab? Oh. Was? Was für ne Abbaulähmung, Digga. Laber Dolch mit mir! Ich kann in den Wassertempel. Wassertempel, ja gut, das sagt mir noch was Aber ich hab keine Ahnung, was du von mir willst Vorsicht, hier geht's runter Ja, ich seh's Wir werden auch natürlich so ein bisschen online vielleicht mal abchecken Auf Gomme, ja PvP Eieiei, Kara, das ist Bist du auf die... Ja, das ist gut Oh, hab ich auch geschafft Nicht mal absichtlich Ich bin runtergegangen Ich dachte nämlich schon, ich bin tot Wo ist ein Tempel? Tümpel Aber ja, die Dschungel-Tempel, die kenn ich noch Die sind aber sehr selten Die sind dabei mit Fallen ausgestattet Oh, da ist das Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist selten Was ist das? Das ist seltener, das nur mit Bambus Ich seh's Wir machen gleich was Cooles Jetzt muss man immer unter Wasser sein, damit man schnell ist Ja Wir machen was Cooles, was denn? Boah, das klingt Das ist ein Panda Was? Ah! Ein Panda Hat der Bambus gedroppt? Ja, kann sein Was gibt's für Pandas? Es gibt braune Panda Und es gibt so böse Panda Okay, aber wenn wir auswählen, du sollst nichts spoilern, ne? Ja, aber du hast ja Pandas schon gesehen Ja trotzdem, deswegen darfst du mir nicht sagen, was es noch gibt, Kara Das, was wir sehen, das ist klar Aber nichts, was ich noch nicht gesehen habe, bitte Ja, aber die Sachen kann sein, dass du die nie sehen wirst, weil die ultra selten sind Egal, wir werden das irgendwann sehen Äh... Ist so Okay, ich möchte dir jetzt was zeigen Denk aber, wie viel Bambus ist hier, Alter? Da kann man ja unendlich farben hier Sollen wir die alle mitnehmen? Ne, wieso habe ich... Äh, willst du Wolle haben? Ja, unbedingt, nein Brauchen wir nicht Okay, ich mache jetzt hier ein Loch Und ich schmeiße hier jetzt einfach mal Ups, das war nicht absichtlich Ich schmeiße hier jetzt einfach mal alles Alter Ich schmeiße hier jetzt einfach mal alles hin, was ich nicht brauche Boah, ich kriege aber langsam Handkrampf von dieser komischen Steuerung, Alter Bah, ekelhaft So, was schmeißt du da hin? Was machst du? Wieso geht das nicht? Ich will das wegschmeißen, Alter Ja, dann mach's halt Das war nicht absichtlich Alter Okay, Bambus, krass Das ist so lustig Hey, hey, hey Ich brauche noch was nicht Äh, das brauche ich nicht Und das brauche ich nicht Ich habe hier sehr konstante Frames, voll geil So Das ist jetzt hier endlich mal Wir brauchen das Sehgras eigentlich nicht, ne? Das Sehgras brauchen wir nicht mehr? Ich habe gesagt, wir brauchen es eigentlich nicht Ja, meinst du jetzt den Seh, äh, so mal, Seetang-Dingst da? Ja Ja Soll ich wegschmeißen? Ja, schmeiß es hier zu meinem Zeug Aber lauf nicht rein Hast du, ja, recht Hast du Zucker, Stangen, hast du, ne? Ja Dann gebe ich dir welchen Stacks ist auf einen, dann ist das nicht so Ja, ich muss ja Okay, ich möchte jetzt was zeigen Faden kann auch wegschmeißen Ja Was denn? Okay Du kennst ja Bambus Ja Bambusblock Ja Und weißt du, was man aus dem machen kann, was? Digga Ich muss erstmal Abstand nehmen von dir Ich bin total Desillusioniert, total, äh, verstört Boah, wie geil sieht der Sand der bitte aus? Wie geht das? Gar nicht Nee Das geht so nicht Wie geht das? Die Folge wird auf jeden Fall nicht mehr lange sein, jetzt hier, denn Äh, gleich ist 0 Uhr, dann ist aus Internet Tschüss, sag ich dann Deswegen Äh, Schatzi Ja Kannst du mal Warte, ich muss kurz was googeln Was denn? Wie das geht mit Bambus Ja Okay Tue dies Ja Aber uncut, Leute Deswegen, ich, äh, guck hier mal Hier ist nochmal so ein schöner kleiner Tümpel, nicht Tempel Oh, der sieht sehr schön aus Hier fliegt wieder irgendwas Oh Süß Da fliegt Der fliegt zu mir runter Warum sind die alle so anhänglich? Weil die dein Kumpel werden wollen Hallo Tod Doch nicht Oh, in der Luft, Alter Critical in der Luft Geil Ich kill hier alle Vögel Schade, dass es kein Geflügel gibt Eigentlich, logischerweise, müsste es doch Geflügel geben Aber warum sind denn die Fische auf dem Wasser? Oder ist das wegen, das ist wegen dem Shader, glaube ich, klar Weil da ist die Wasseroberfläche ja nicht gerade Ja Weil du siehst die Fische nicht auf der Fläche, ne? Nein Okay Was weißt du? Ich weiß jetzt wie So, aus dem Bambus-Ding kann man nämlich das hier machen Ist jetzt wieder was anderes? Das ist Holz aus dem Bambus-Ding Oh, was? Okay Und jetzt zeige ich dir was ganz Tolles Wie lange dauert? Also der Bambus wächst ja nach, ne? Ja, du kannst du auch anbauen mit dem, was wir gut haben So, ich zeige dir jetzt was ganz Tolles Halt einfach platzieren, oder? Nein Ne, doch Hä? Doch? Schau So platzieren Ja, ja Das meine ich, aber nicht Was dann? Ich will dir was zeigen Ja, dann zeig Ein Bambus-Boot? Ein Floß Stecker? Äh Mein Bett Warte, ich habe mein Bett platziert Hallo Stopp Hallo Ja, ich habe ihn angehalten Oh, wie das aussieht in dem Shader Dega Das Licht Auf jeden Fall Es kann sein, dass gleich Kara weg ist Bis dann, nachher Dann ist auf jeden Fall die Folge vorbei Was kannst du? Was musst du sagen? Ich kann Theoretisch, ne, ich kann nicht weiter spielen Weil wir Unleut spielen Okay Alter, wie soll das? Wir sollten jetzt irgendwo das Bett aufstellen wieder Schlafen Ja, wir machen das hier Ja Gute Nacht Wie ich noch extra zu dir gelaufen bin Gute Nacht Hi Welches war meins? Egal Das ist meins Okay Wow Oh, ja, der brennt schon Hallo Die haben aber voll die Reichweite Und voll wenige Nachtbäck Irgendwie Aua Boah Der Wichser Was ist? Was ist das denn? Dreizeit wurde nach mir geschmissen Hä? Was? Bei mir Ein Dreib Ach du Ein Wasserzombie Aua Lauf Schnell Wir müssen weg Wir müssen weg von dem Kann man die aufsammeln? Ne Schade Die sehen cool aus Theoretisch Der poppt ein Der droppt ein Der droppt ein Achso Wenn man ihn besiegt Wo bist du? Ich bin ins Wasser gefallen Oh, zum Bambus Ich seh dich Ich seh dich Alter, das sieht ja wild aus Ja, das ist ein anderes Biom als Dschungel Ja, ich hab's begriffen Wir haben voll Glück Dass wir das gefunden haben Das ist echt nicht so häufig Ja, aber wenn wir nichts damit machen Dann ist es so egal Ja, wir können einfach nur durchlaufen Und ein bisschen Bambus mitnehmen Damit wir später mit Bambus bauen können Wie baut man Bambus schnell ab? Oh, Schwert Na ja Alter, du kriegst ja hier innerhalb von zwei Sekunden 30 Stacks Ja Warte mal, stopp mal Ich muss mal ein neues Schwert machen Warte doch mal Na bitte Ja Warte Ich bleib bei Steinen Ich bin's nicht wild Schläckst du ihn, schlack ich dich Mittags Wie viele Arzt hast du? 22, nee voll Ich nicht mal Wieso bin ich nicht voll? Dann hab ich keine Steine Hast du Steine? Ja Gib Stein Drei Äh, zwei Dank Hübscher Dank Bitteschön Das heißt, mit der Axt kille ich ihn schneller, ne? Ja Soll ich ihn killen? Willst du das? Bei einem Hit stirbt er noch nicht Äh, äh, was? Du hast ein halbes Leben Du hast mir mein halbes Was? Warum machst du so viel Schaden? Weil ich dich einfach nur mit Axt geschlagen hab Will der Panda mehr mich jetzt angreifen? Ich glaub schon, ne? Kann sein, man check einfach an Ich hab ihn getötet Naja, wenn man eingriffen wird Selber als Panda, natürlich Ich schnack dich Nein, nein Wo bist du? Hallo Sonst sterb ich Mit Helf Lass es Aber wozu ist denn denn jetzt ein Schwert da, wenn das schwächer ist als ein Axt? Bin ich Keine Ahnung Was bin ich? Für nix Nix Kommst du? Ja Mann, ich will nur ne grüne Fläche Ja, aber das ist nicht so einfach Es gibt so viele kack Biome Ich will einfach nur ne grüne Fläche Ich hab Schöne Biome Ich will eigentlich für ne bestimmten Biome Okay Ich hab vier Stacks, äh, Bambus Fast Super Naja Hier ist noch ein Panda Hier sind zwei Pandas Boah, zweimal Fleisch Spaß Was die Pandas in Rums Das ist echt blöd, dass man, dass die kein Fleisch droppen Das ist alles sinnlos Das ist halt Oh mein Gott, das ist Lava Wo? Ah Ja, ja Ja, das sind wir ja Hingefahren Aber das ist selten Nein, aber Man hat's von weitem gesehen Oder das war wohl nicht klar Bist du bereit für einen Sprung, der in den Tod führt? Ja Schaff ich das? Ja Nee, sehr wahrscheinlich nicht Ja, doch, nee Das schaffen wir nicht Ja, von hier Oh Melöne Eieh, vollidiot, alter Du bist ein vollidiot Ich bin ein vollidiot Hast du gehört, dass ich auch noch kaufe? Ja Ich hab kein Essen, da ist ein scheiß Zombie Ja, ich geh jetzt die Fische hier Dann haben wir erst dann Oh 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 Du gehst jetzt die Fische, was? Ja Das ist aber böse Ich hab keinen Ich hab Hunger Uh, das sieht cool aus hier Siehst du diese Äh, diese Äh Ich bin nicht mal dicht Diese, diese Dings da Klippe Was für Klippe Ja Höhlenbucht Einbuchtung Ja, ich seh's Da geh ich jetzt mal hin Ja, wollen wir da Spawnpunkt setzen Und in die Höhle gehen? Nein Was für Das ist keine Höhle Das ist nur so ein Kackding Boah, da oben Da oben, guck mal Da ist ein Loch Wie geil das aussieht Ich will da hinten Ich seh's nicht Da oben Die Sonne blendet Achso, da, ja Ja, schon, aber Wir sind immer noch hier so im Meerbereich Das ist total Ja, ich würd gern Ja, irgendwo hoch Und dann mal gucken Wie's von da aus aussieht Deswegen gehen wir jetzt hier hoch Kara, man muss erstmal Über die halbe Also man muss erstmal Acht Ja, man muss schon eigentlich nicht Ja, ich will aber halt Ne grüne Fläche zum Bauen, Kara Ja, nur weil du rumhörst Kann ich nichts dafür Ja, ich möchte halt Irgendwo mich niederlassen, weißt du Ja, vielleicht ist da oben Ne grüne Fläche Ich will aber nicht auf den Berg Ne grüne Fläche Ja, ich will noch mit Kriterionspunkten Die erfüllt werden müssen Naja, ich möchte halt Spaß haben Mit Minecraft Und dazu brauche ich halt Ne Fläche, wo ich Ja, ich kann auch Spaß haben Mit dem du gar keinen Wo ich bauen kann Und wo ich Wo wir ganz viel Ganz viel aufbauen können Ja In dem du keinen Was-Bereich hast Du kannst auch Minecraft spielen Ohne Wo du Wo wohnst Will ich aber Nämlich mal Zack Oh Was ist das? Akazie? Das kenne ich aber Also Akazien kenne ich gerade noch so Das ist schon Ich bin schon alt Oh schön, schau Also das Biom Savanne kennst du Wenn das so heißt, keine Ahnung Ja Wo bist du? Hallo Nein, ich bin hier Gibst du mir meinen Axt bitte wieder? Äh, ja Oh, jetzt ist es richtig aufgesammelt Ja So Leute In drei Minuten ist das Internet weg Deswegen müssen wir jetzt hier mal Äh, hier müssen wir Pause machen Komm her Äh, kannst du noch ganz kurz Ich mach ganz kurz den Ofen noch Hast du Kohle noch? Ich hab ein bisschen Ich hab drei Ich hab gar nichts Du hast meine Kohle Bratenfleisch Wie viel Hunger hast du? Äh Kürtel Ui Okay Ha, mach eins Aber Aber Hast du was? Was? In der Regel bist du nass Haha Ah, du hast die Melonen Aber nicht Oh stimmt, ich hab 49 Aber nicht übertreiben Die füllen ja nicht so viel Hunger Ich hab ein komplettes Steck Melonen Halt die Kappe Okay, wir müssen jetzt hier mal aufhören durch Äh, du hast einen halben Steck Ich hab mehr Ich hab 49 Ja, ich hab jetzt schon mal einen Spornpunkt Ja, mach ich auch Ich hab einen ganzen Steck, hab ich gesagt Und du willst hier in der Nähe bauen? Ich mein, das hier ist in Ordnung Einigermaßen Ich will eigentlich noch ein bisschen weiter tatsächlich Ja, ist ja okay Ich bin ja auch die ganze Zeit immer gelaufen Aber ich will nur Ich will halt keinen so So bergig, wo man dann immer Wenn man irgendwo hin muss So ewig Ewig reisen Ja, ich weiß schon was du meinst Okay Ich möchte eigentlich zu einem bestimmten Biom deswegen Ja, also ich mach links, du rechts, ne? Mhm Okay Äh, dann beenden wir hier die Folge, Leute Das ist jetzt die zweite Ähm, die nächste machen wir dann bald wieder Äh, schau kurz mal her Wir müssen noch kurz ein Handmail machen für die Die Folge Schau kurz her Kara, das Internet ist gleich weg Ah, eine Kiste ist ja schon So, passt Wir sind raus Wir loggen uns aus Äh, wir sehen uns zur nächsten Folge Bis dann Und Ciao Willst du dein Schiff geranglärfen? Kara, bro Also, die rafft das nicht, ne? Wir loggen uns aus Tschüss Tschüss Ciao Ciao